In diesem Video erklären wir Ihnen das Wichtigste zum Thema Compliance. Der Begriff Compliance steht für Regelkonformität, das heißt für die Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen, regulatorischen Standards, sowie die Erfüllung weiterer, wesentlicher vom Unternehmen selbst gesetzter Vorgaben, Standards und Anforderungen. Die Compliance im Kran Casino Baden und bei Jackpots.ch ist für die Einhaltung des Geldspielgesetzes und des Geldwäschereigesetzes verantwortlich. Bundesgesetz über Geldspiele, kurz BGS. Das im 2019 in Kraft getretene Geldspielgesetz regelt die Zulässigkeit von Geldspielen und deren Durchführung sowie die Verwendung der Spielerträge. Wir als Spielbank verfügen über ein Sozialkonzept und haben darin aufzuzeigen, welche Maßnahmen wir zum Schutz der Spielerinnen und Spieler vorsehen. Insbesondere müssen wir Maßnahmen ergreifen bezüglich der Früherkennung, Selbstkontrolle und Spielbeschränkungen. Geldwäschereigesetz, kurz GWG. Das Geldwäschereigesetz gilt für Finanzintermediäre und regelt die Bekämpfung der Geldwäscherei, die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und die Sicherstellung der Sorgfalt bei Finanzgeschäften. Wir wünschen Ihnen ein vergnügliches und sicheres Spielen auf jackpots.ch und im Kran Casino Baden.